Schade für die. Ist er viel zu spät rausgefahren, ah ne, er hat einfach nicht geboostet, er ist einfach nur halb rausgefahren. Ist denn die so schlecht gerade? Neh mich. Sorry. Bin hinten. Null. Oh oh. Ich nehm den. Schade. Ah sorry. Hatte sie beide weggerammt. Nee. Ich bleib hinten. Oh, okay. Meins. Wow. Oh sorry. Im Tor. Null. Ich mach ihn. Jawohl. Oh man. Ich weiß. Ich wusste, ich konnte so schlicht abzögen. Ich hab Ballkamera an. Ich hab's nicht hingezogen gekriegt, dass er direkt reingeht. Da warst du da. Passt doch. Ich geh. Ich wollte bloß Boost holen. Oh Gott. Oh sorry. Ich dachte nicht, dass das Trick auf mich zufällt. Ich fahr halt auf den Ball zu, ne? Der Ball lag auf dir. Oh, sehr schön. Mit Linie. Oh, er wischt ihn halt noch. Sorry. Ich dachte nicht, dass er den mitnimmt. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin drin im Tor. Neh mich. Nein. Tut mir leid. No, you didn't. Ich habe null Boost. Dann hol die Boost. Wenn du den Boost hast, fahr doch einfach ins Tor, anstatt die ganze Zeit unnormal zu stehen. Ich meine, ich habe ihn trotzdem nicht erwischt, aber. Ich weiß, was du meinst, ja. Nützlich warst du dort auch nicht. Oh fuck. Hm. Stimmt, oder? Okay. Sorry. Ich dachte, der Gegner wäre ich nämlich schon da gewesen. Uh, nice. Gesaved. Ich wurde zerstört. Hab ich bemerkt. Ich sage es trotzdem immer an, weil manchmal knackt man es halt nicht. Hab ich? Ja, ja. Oh shit. Ich bin nicht sicher, ob das so schlau war. Ne. Oh Gott. Du hast ihn halt wieder hart auf den Boden geklatscht, anstatt uns Zeit zu geben zum wieder positionieren. Ich wollte ihn dann nochmal hinten. Ja. Und er hat ihn nicht genau seitlich erwischt. Herz nach voll ist er, wer ist halt. Schade. Ich musste einen Doppelsprung machen, damit ich hoch genug komme, so schnell. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hallo. Hallo. Hat jemand Bock mit den Leuten gespürt? Nope. Komm schon. Bitte? Nope. Ich komme. Bin, bin, bin. Ich wurde gebammt. Von dir. Von mir. Ja, weil... Ist mir straight in den Weg gefahren. Ich wollte den Ball halt weiterspielen. Logisch, wenn ich den Ball einmal tippe, da sind bei mir in der Nähe bleibt, dann spiele ich ihn weiter. Der war nicht bei dir in der Nähe. Natürlich. Ich war ein Meter unter dem. Da fühl mich nicht so aus. Da habe ich falsch gesehen wahrscheinlich. What? Nämlich aufgeregt, spiele ich schlecht, wie schon erwähnt. Ja. Super, sehr cool. Sorry. Ich nicht Apaatm. Ich wurde gebammt. Ja. Ah, fuck. Ah, scheiße. Warum fliegst du hoch? Den musst du von unten nehmen. Der wäre ins Tor geflogen. Tatsächlich bin ich mit dem Fliegen schneller, deswegen bin ich so geflogen. M-m-m. Wissen wir nicht. Doch, wenn ich mit Boost abspringe und dann noch weiterbooste, wird man mit dem Fliegen schneller. Also, ich weiß nicht, was das für eine komische Anzeige ist, aber es sieht für mich nicht aus, als hätte er eine Ping, so wie er gespielt hat. Das sind natürlich die gleichen. Okay. Ich wollte den eigentlich nur einen Pass für dich da machen. Ich weiß. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wäre ja auch fast da gewesen, aber der Gegner wahrscheinlich eher. Von daher, alles gut. Ach, kann es doch nicht abspringen an der Wand. Und Kassos. Mach's alleine. Alles gut, ich hab null Punkte, passt schon. Boah, da bin ich froh, dass ich da nochmal gejumpt bin. Ich gehe hin, boost one. Mit der Mittellinie. Vorne. Ich bin hinten in der Mittellinie. Mhm. Ich bin im Tor. Ich bleibe im Tor. Ich gehe ran. Meins. Mittellinie. Meins. Runter. Forstor, Forstor, Forstor. Ja, da steht auch schon einer am Tränen. Dann nimm den genau beim Runterkommen. Da steht noch der nächste drin. Daneben. Hat nochmal gespielt. Oh, nein. Hat er sogar noch nur safe bekommen. Hat er nix gebracht. Ja, ich hab den gesaved von ihm. Ach so, der war ja schon direkt da. Schade. Boah, hey, du hast ja auch nur 20 Punkte. Schiebst du es echt auf mich? Ist das denn ernst? Ich hab nur gesagt, du hast 120 Punkte. Also ich hab schon nur 120 Punkte. What? Also die Punkte habe ich nicht verdient. An sich, glaube ich. Ja, weiß nicht. Geht halt aufs Tor. Und war keiner im Tor von denen. In den Boost one. Hab ich. Bin hinten. Hab ich. Dann komm ich nicht ran. Dann komm ich aber ran. Bitte schön, Ben. Danke. Schön reingeschossen. Bei den ersten, wenn ich nicht reingekommen, da war auf jeden Fall der Typ eher da durchs Drehen. Aber da kann ich hinboosten. Wow. Finde ich ein bisschen traurig. Nicht Slotty, sondern Slotty. Ich hab runtergeditcht für dich. Gegner kommt. Ich hab Gegner mit gebannt. Ich drehte die scheiß Gegner anstatt die blöden Bälle. Oh Gott. Ich drehte den blöden Ball gerade nicht. Keiner da. Jetzt kommt einer. Also sorry, ich fach die Ansage mal zu spät. Ich weiß. Nein, nein, nein. Die Ansage hat mich verwirrt. Am besten nichts ansagen. Ich hör's meistens. Boah. Der Double Save. Nehm ich. Schuss aufs. Nicht aufs Zorn. Nicht aufs Zorn. Wird voll ein Torschuss. Genau gedacht. War geplant. Am Ende bin ich aus Versehen gedriftet. Aus Versehen gedriftet. Wie hast du da Drift gelegt? Äh. Zeige Finger-Tasten. Ja, okay. Ich bin auch letztens aus Versehen gedriftet. Kann ich eigentlich nichts sagen. Ich wollte es gerade sagen. Mit der Linie. Uh. Uh. Das ist nicht cool. Ich fand das schon cool, aber leider nicht drin. Bin im Tor. Nice. Ups. Der hat doch erst kalten. Ich hab keinen Boost. Ich krieg'n das Ding im Dreieck, ey. Bin hinten. Er war zu weit vorne. Äh. Oh. 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 Ich bin rein oder? Ist da nicht, war ich mich ganz sicher gerade? Ich auch nicht. Ben ich auch nicht. wie der first touch das eigentlich scheiße ist meins das war alles eine abdenkung wenn das war irgendwie verkrüppelt weil du wieder in den ecken komisch rumfliegt ich weiß nicht was ich machen soll ich bleibe in 7 vor nämlich nämlich du machst das noch du schaffst das bitteschön you can do it kommt doch in die mitte sehr schön gespielt war bestimmt alles geplant er sollte reingehen ach komm der war geplant dass ich den wache weil er wird ich habe ihn angedreht leider ich wollte dir die punkte geben wenn musste unter dem doch einen kompletten 180 grad drift machen ich bin hinten ist ok du machst ihn einfach rein wir machen denn er ist im fall stimmt jetzt habe ich sogar mehr punkte als du das war aber eine millisekunde ja aber hat gereicht für den titsch titsch ah ich habe keinen boost leider um da was nachzusetzen ich bin drauf wenn er versucht leider war ich nicht da auch nö und so weiter geflogen der wohl und dann müssen wir auch nicht noch hart fliegen ich weiß ich habe gerade den typen geflockt der den fall spreng spielen wollte vielleicht ein bisschen lustig mörser bitte mach was brennt danke mein boost mein boost ich weiß ich weiß was was ich weiß was das gehittet aber war nicht ganz so einfach mit wenigen würden da hätten ich habe sogar noch rückwärts gemacht vorm tor und damit getroffen aber nicht rausgeflogen aber zu tief geht hinterher dem schluss und wir hast noch dahin gebäumt machst du das nun bald rum oder was gerade was tust du aber wirklich was tust du erinnig sind reicht das weiß ich noch nicht aber ja anscheinend gut gemacht gut gemacht mein paderwan aber du musst deine gedanken frei machen um die macht zu spüren du saß zwischendurch aus jetzt irgendwie porn auf dem zweiten bildschirm angeguckt habe kein bildschirm zur zeit bin das habe ich doch vorhin schon erzählen kann doch sein können dass eine freundin reinkommt im unterwäsche die ist gar nicht da leider aber dann hätte es halt auch so fahren können ja ich war irgendwie im kreis ich bin noch müde